Als ich vor zwei Jahren hierher gekommen bin, auf die Insel Föhr, als ich mein Projekt gestartet habe, wusste ich natürlich noch nicht so richtig, was mich hier erwartet. Würde ich junge Menschen finden, die Lust haben, bei diesem Projekt mitzumachen? Wie reagieren die Eltern? Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass jegliche Sorgen völlig unbegründet waren. Ich wurde hier wirklich mit offenen Armen empfangen. Alle waren sehr, sehr herzlich. Es gab eine große Bereitschaft, bei diesem Projekt mitzumachen. Ich habe sehr viele Einladungen bekommen zu Feiern, zu Festivitäten, zu Sportveranstaltungen, zu Musikproben. Also all die Dinge, die hier auf der Insel passieren. Und das hat es mir unglaublich leicht gemacht, mittendrin, statt nur dabei zu sein. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken.